Dies ist keine Geschichte über das Reisen. Dies ist eine Geschichte über das Segel. Der Schauplatz. Der 37 Meter lange Segelzweimaster, Infinity. Der Ort, die endlose Weite des Pazifischen Ozeans. Musik Vom tropischen Mikronesien. Musik Bis hin zu den frostigen Zipfeln von Patagonien. Oh, nicht so gut. Mit einem möglichen Zwischenstopp in der Antarktis. Das ist cool. Je nachdem, wer fragt. Denn man braucht selbstverständlich Genehmigungen. Eine Erlaubnis. Und Versicherungsschutz, um diesen großartigen Kontinent betreten zu dürfen. Also, ist das hier vielleicht passiert oder auch nicht? Man kann es weder bestätigen noch leugnen. Ich werde Pinguine essen. Wow, da ist ja ein Seehund. Die hier lassen sich nicht leugnen. Der Zeitrahmen. Ein Jahr driften auf den Launen des Windes. Wim. Du siehst ziemlich hilflos aus. Wollen Sie näher, Sir? Ah, nein. Nein. Wim. Vielen Dank.